Schluss, aus, Ende. Hey, Dave entwickelt sich. Äh, was denn? Was war das denn überhaupt? Ne, das war nur Mankey. Was wird denn das jetzt? Ein Rassaf. Sieht fast aus wie Mankey. Dave versucht, Raserei zu erlernen. Aber Dave kann nicht mehr als vier Attacken erlernen. Soll er eine andere Zunge... Jo, was hast du denn? Irgendwas, was... Hm. Nö. So. Das war gerade so leise. Das war mir ein bisschen unheimlich. Okay, jetzt haben wir eine Rassaf. Gut, dann gehen wir ein Stockwerk nach oben. Guten Tag. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket... Der dritte, übrigens. Da fehlt ja nur noch einer. Der steht wahrscheinlich ganz oben. Zwei Tück... Hi. Mach, hallo. Oh. Ist das gut? Ich bin einer der dritte... Ich bin einer der dritte, gar nicht mehr. Ich bin einer der dritte. Ich bin einer der dritte. du maulst ich mag seine in anführungszeichen haare also nicht die von schwarzenäger sondern die von maschock halt ich weiß ich fang jetzt auch schon damit an mach hallo hatte das damals auch also hatte das auch schon hat das auch so aber sieht bei ihm nicht so geil aus nein ich bin raus das macht eigentlich hier pikachu das freut sich okay mit dir quatsch ich mal noch nicht jetzt erst was hier auf der rechten seite ist wenn überhaupt was ist ja da ist was okay das ist ja so ein rundgang alles klar dann machen wir dich mal fertig du wagst es dich team rocket zu widersetzen ja draußen laufen leute lang mit bier in der hand und mützen auf dem kopf die ich nicht kenne ich bin schon wie meine oma kommt auch den ganzen tag aus dem fenster raus aber die die häkeln die häkeln sich strikt momentan topflappen die los und hätten Los, 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 los. Yay, super. Golbat. Ich muss immer an Goldini denken. Ach so, Lars ist ja... Jave. Komm, wir nehmen mal hier. Was hat denn... Hä? Sieht aus wie ein benutztes Taschentuch irgendwie, was so vor Schnodder irgendwie... Hm, gut. Äh, Fußkick. Bringt glaube ich nicht so viel, ne? Kick. War abzusehen. Na, das ist schon besser. Konfustrahl. Dave ist verwirrt, natürlich. Und was passiert? Ja, ja. Dave ist nicht mehr verwirrt. Och, jetzt hat es sich selbst umgebracht, oder? Oh, doch nicht. Ja, jetzt... Ah, das hat ja super funktioniert mit dem Dave. Machen wir hier 30, haben wir einen Christoph, 31 und nehmen wir einen Christoph. War hier nicht Blut ganz gut? Weil, ich meine, das hätte ich mich ge... Nee, gut. Da hätte ich mich nämlich gewundert, weil es am Fliegen ist irgendwie, dass dann Blut irgendwie gut ist. Kratzer. Also ich bräuchte für Christoph irgendwo so eine geile Attacke. Christoph, war ich Level 31? Hast du vielleicht noch ein Attackchen oder so? Nee, doch nicht. Schade. Du elender Verräter. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was ist los mit dir? Dieser verdammte Präsident. Warum will er ausgerechnet mit nach... äh, mich nach Tixi schicken? Tixi, was ist das denn? Irgendeine Stadt. Aber wo und warum? Oh, ob wir das überleben? Elektro gegen Elektro. Wuuuuh. Aber ich will, dass er noch einen Voltoball hat. Ich will den nochmal nachmachen. Also dieses Geräusch. Ich hab da... Noch ein Voltoball. Los! Smogon. Smogon. Oh, ich hab das schon wieder vergessen. Ja? Shen? Oh, Konfusion war das doch, oder? Ja. Smog. Ja. ... Magneton. Äh... Ja! Alex ist noch da, das ist schön. Ich mag das voll, das nachzumachen, ey Ich weiß nicht warum Tut mir leid Noch ein Magnetil, no Nö Alex bleibt draußen Miep Oh, Alex habe ich noch mit 33 Smogon Jetzt kann ich ihn wieder wechseln Ja Shannon Psega Los Shannon Nice Gewonnen hättet Haben wir ihn besiegt Mist Okay Da gehts dann noch weiter, aber hier sind Vibers Und ich hoffe mal, dass die Vibers gut sind Team Rocket benutzt die Pokémon Bei dem Versuch, die Welt zu erobern Ja Was mit dir Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen Oh je Oh je Oh je Bitte hilf mir Schau ihn dir an Schau ihn dir an Den Feigling Sie müssen Sie müssen Es wegen unserer Pokémon Produkte auf die Silph Co. abgesehen haben Okay Okay Da sind wir hier oben fertig Ne Da ist die Tür Ja Dann jedet ab weiter nach oben Und Was nur meine Brüder werden mich rächen Okay Waren wir hier komplett Ne, da sind wir noch nicht drinnen gewesen Waren wir hier unten? Ich meine hier unten wären wir gewesen Ja, hier waren wir Schön, dass wir schon ein bisschen was abgefrühstückt haben hier Wenn du nur so durch die Gegend läufst, findest du den Boss nie Warum willst du nicht mit uns kämpfen? Oder habe ich schon gegen den? Mist, die Tür geht nur mit dem Türöffner auf Okay Gehen wir noch einen weiter nach oben Ach, es geht noch weiter Ah, mit dem haben wir auch schon Oh, super Mit dem haben wir auch schon Hier ging es nicht weiter Mit dem haben wir auch schon Konnt ja sein Wäre ja nicht das erste Mal dann gewesen Dass da was versteckt ist Weil da war ich schon Oh, da können wir doch eins weiter nach oben gehen Oh, da können wir doch eins weiter nach oben gehen Okay, der will wieder mit uns kämpfen Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und die besiege sie Ja Nein Ja Obwohl ich weiß nicht wie viele Pokémon wir noch haben Ne Er hat drei Damn, ja,nen He 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 Ähm Das war ja, glaube ich, so einigermaßen okay. Der Tag ist nicht effektiv. Aber wenn er nur die ganze Zeit Kreideschrei macht, dann schon. Dann ist das für mich ausreichend. Wie ich gesagt habe, die ganze Zeit Kreideschrei. Meine Heizung ist noch an, das ist schön. Ach, komm. Aber da hat es jetzt Sinn gemacht. Weil Voltoball hat eh nur noch ein Fitzchen gehabt. Von daher kann ich es jetzt verstehen, dass er Finale gemacht hat. Schön. Oh, super. Nein, ich habe es gerade eingewechselt, du followers. Das war super, das ist Glück. Aber sowas von. Nice, super, Shen. Und Shen erreicht Level 32. Magneton. Magneton, Magneton. Auf jeden Fall kein Shen. Ja. Oh Gott. Didi-di-di-di-di. Äh, komm. Bleib nach vorne Tag und gucken, was bei rauskommt. Das ist doch eine ganz gute Wahl, weil Donnershock hat hier kein Dings auf. Dings. Dings, Dings, Dings. Seitdem ich das Wort Dings kenne, kann ich mir alles beschreiben. So. Der Forscher ist besiegt. Du hast mich besiegt. Ach, wir kriegen ja richtig fett Kohle. Fällt mir gerade mal auf. Okay. Wir haben alles. Dann gehen wir jetzt noch links. Dings, 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 Dings. Okay, einer noch. Dann gehen wir wieder auf den Fahrstuhl und fahren nach unten. Ich bin einer der vier berüchtigten... Okay, das ist jetzt der letzte. Ich kann zählen, ja.